Thor! Thor! Sala! Amo Resti! Kannst du mich hören? Es ist so dunkel! Tut mir leid, Kneide! Die Hexe hat mich reingeliegt! Im Wasser entworfen! Sie haben Thor entführt. Ich bin hier, um ihn zurückzuholen. Ich muss zu Thor. Ich muss den Lampen einschalten, um ihn zu erreichen. Sala! Es ist so verdammt aufgelaufen! Ich bin unterweist aufgelaufen! Sie sind am Tod eingefassen! Ich glaube, ich schaffe es nicht! Ich kann nur ablaufen, aber... Ich kann nicht im Wasser bleiben. Eine blutliche Gestalt drückt sie da unten. Eine blutliche Gestalt drückt sie da unten. Ich kann nicht im Wasser bleiben. Ich bin unterweist aufgelaufen! Ich bin nicht im Wasser! Mick, kling mir aus! Ich bin in das Wasser! Ich bin unterweist aufgelaufen! Ich bin unterweist aufgelaufen! Das ist eine blutliche Gestalt! Das ist eine blutliche Gestalt! Und sie haben zu überwachen! Die Hand war unter dem Wasser. Ich lasse sie hier nicht zurück, Thor! Festhalten! Ich muss das zum Wasser halten. Ich habe das verdient. Es ist kalt. Dunkel. Ich kann nichts sehen, verdammt. Sag Odin, es tut mir leid, dass ich alles verrückt habe. Sie können sich selbst bei ihm entschuldigen. Ich hole sie hier raus. Jetzt geht es los. Ich bin wieder hier. Jetzt kommen wir. Schritt. Schritt. And jetzt zurück. Schritt. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017